Das war die Familie Cordalis. Und nun zu einer hiesigen Familie. Der Vater Arndt, einer der erfolgreichsten Komponisten unseres Landes, hat es sich nicht nehmen lassen für seine Tochter und somit auch für Sie, liebe Zuschauer, weihnachtliches zu schreiben. Aus dem Hause Bause, Weihnachtsgedanken mit Inka. Sanfter Kerzenschein, frohes Beisammensein, das ist Weihnacht, das ist Weihnacht. Stille Freundlichkeit, Wärme, Geborgenheit, das ist Weihnacht. Gute Gedanken kommen und bleiben sauber der heiligen Nacht. Und wieder ist Hoffnung erwacht. Ferner Glockenschlag kündet den Feiertag. Es ist Weihnacht, es ist Weihnacht. Und am Tannenbaum Lieder vom Friedenstraum. Es ist Weihnacht, es ist Weihnacht. Gute Gedanken kommen und bleiben sauber der heiligen Nacht. Und wieder ist Hoffnung erwacht. Die uralte Hoffnung erwacht. Gute hoped. Vielen Dank.